Die größte Umfrage aller Zeiten ging in die zweite Runde. Die BILD am Sonntag hat Millionen Menschen in Deutschland nach ihrer Lieblingsmusik der 80er Jahre befragt. Die besten deutschen Hits der 80er gibt es nun auf einer einmaligen Kollektion. Hallo, da bin ich wieder, der Jürgen aus der Busche in Berlin. Nachdem wir uns mit der Schlager-Hitbox, der BILD am Sonntag, so gut kennengelernt haben, setze ich heute auf diesen Riesenerfolg noch eins drauf. Und zwar mit Schmackes. Ja, es gab auch in diesem Jahr eine große Umfrage der BILD am Sonntag. Und noch mehr Menschen in ganz Deutschland haben sich eingebracht und mitgemacht. Danke dafür. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Das sind die wirklich besten deutschen Hits der 80er. Sie haben wieder geschrieben, gemailt und angerufen. Und es ist wahr, alle Superstars der 80er Jahre sind auf diesen fünf CDs dabei. Ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Verliebte Jungs Denn sie garantiert die 100 besten deutschen Hits der 80er. Ohne dich schlamm ich heut' Nacht nicht ein. Ohne dich feil ich heut' Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heut' nicht zu. Das, was ich will, bist du. Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und schon ist die Himmelsfahrte auf. Passend dazu gibt es jetzt auch diese 3er-DVD-Box mit den besten jetzt der 80er. So ein Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren? 99 Luftball. Wahnsinn! Die besten deutschen 80er-Hits. Endlich gibt es sie gesammelt auf dieser einmaligen Kollektion. Rufen Sie am besten sofort an. 080 3 mal die 5 0 3 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Endlich war es wieder so weit. Die größte Umfrage aller Zeiten ging in die zweite Runde. Die BILD am Sonntag und ihre Stimmen haben es möglich gemacht. Das sind die größten Hits der 80er auf 5 CDs. Diese 100 Hits gibt es nur hier und nicht im Handel. Jetzt brandneu sichern Sie sich Ihre Hitbox für nur 49,99 plus Versand. 080 3 mal die 5 0 3. Das ist die pure Lust am Leben. Sie haben entschieden. Und das sind die besten deutschen 80er-Hits auf 5 CDs. Jetzt zugreifen und anrufen. 080 3 mal die 5 0 3. Aber Macho, Machos bleiben in Mode. Macho, Machos, Sterne, Dost. Macho, Machos nimmt man gerne mit nach Haus. Was war das für eine verrückte Zeit, als junge Musiker plötzlich den Reiz ihrer Muttersprache entdeckten und ihrem Land ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Die neue deutsche Welle, das war jede Menge Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Keine Sterne in der Dien. Stattdessen schnapp's in St. Katrhein. Er hat den Urlaub nicht geworben. Sie hat gesagt, es müsste sein. Ja, hinter jedem Augenzwinkern gab es damals auch eine Botschaft. Denn Hits wie das Bruttosozialprodukt oder wie der Goldene Reiter waren und sind auch Zeitgeschichte. Ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Die besten deutschen Hits der 80er wurden im Rahmen der großen Umfrage der BILD am Sonntag gesucht. Und jetzt wird hier gewockt, wird es bei der Murphy-Gang, gerappt mit dem unvergessenen Falco und geträumt mit der zeitlosen Nena. Ich hab heute nichts verdäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen, ich werd mal zu dir rüber gehen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Das gab es noch nie. Millionen von Lesern von Deutschlands größter Sonntagszeitung wurden nach ihren deutschen Lieblingshits der 80er befragt. Und endlich gibt es das Beste vom Besten dieses verrückten Jahrzehnts. Sichern Sie sich jetzt die besten deutschen Hits der 80er auf dieser einmaligen Zusammenstellung. Die Musik der 80er hatte einfach alles im Petto. Die besten deutschen Hits waren gefragt. Sie haben wieder gewählt und sie haben echt gut entschieden. Und hier ist sie, die beste Hitbox der 80er. Ja, es wurde rockig in den 80ern. Die Gitarren wurden härter, die Texte kompromissloser. Der Deutschrock sagte knallhart, was die Leute fühlten. Mein Gott, war das eine geile Zeit. Faust auf, faust! Hab ganz hart! Küsst die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Snow on fire! Sonne on taboo! Und nicht vergessen, jetzt gibt es die besten Hits der 80er. Auf dieser 3er-DVD-Box. Rufen Sie uns an! Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Endlich war es wieder soweit. Die größte Umfrage aller Zeiten ging in die zweite Runde. Tausendmal berührt. Die Bild am Sonntag und ihre Stimmen haben es möglich gemacht. Das sind die größten Hits der 80er auf fünf CDs. Diese 100 Hits gibt es nur hier und nicht im Handel. Jetzt brandneu sichern Sie sich Ihre Hitbox für nur 49,99 plus Versand. 080 3 mal die 5 0 3. Das ist die pure Lust am Leben. Sie haben entschieden und das sind die besten deutschen 80er-Hits auf fünf CDs. Jetzt zugreifen und anrufen. 080 3 mal die 5 0 3. Na, erinnern Sie sich noch? Ja genau, das waren Ihre Hits. Und die 100 Besten sind hier auf diesen fünf CDs. Sie haben im Rahmen der Umfrage der Bild am Sonntag die besten deutschen Hits der 80er gewählt. Das gibt es nur hier und nicht im Handel. Ja, wenn wir alle Englern werden, dann wäre die Welt nur halt so schön. Aber Macho Machos bleiben in Mode, Macho Machos Sterne daraus. Macho Machos nimmt man gerne mit nach Haus. Sichern Sie sich jetzt diese geniale Box Ihrer größten 80er-Hits. Nur hier bei Shop24 direkt. Am Himmel zogen wilde Wolken. Hell war der Mond und die Nacht voll Schatten. Ohne dich schlamm ich heut Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heut Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heut nicht zu. Das, was ich will, bist du. Hey, 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 ich war der Gold in der Reiter. Hey, 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 ich bin dein Kind dieser Stadt. Live ohne Farbe gibt es die wilde Zeit der 80er nun auch auf dieser brandneuen 3er-DVD-Box. Rufen Sie uns gleich an. Stupid. Das ist neu, das ist neu. Hura, hura, die Schule brennt. Dank Ihrer Teilnahme bei dieser zweiten großen Aktion von BILD am Sonntag konnte diese besondere Zusammenstellung entstehen. Die größten Hits der neuen Deutschen Welle, die beliebtesten Schlager und die größten deutschen Rock-Hits aus Ost und West. Sichern Sie sich das Ergebnis der zweiten großen Abstimmung der BILD am Sonntag am besten sofort. Ich bin Jürgen Milski und danke der BILD am Sonntag für Ihren Einsatz für die deutsche Musik und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Wahnsinn, die besten deutschen 80er-Hits. Endlich gibt es sie gesammelt auf dieser einmaligen Kollektion. Rufen Sie am besten sofort an. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Endlich war es wieder soweit. Die größte Umfrage aller Zeiten ging in die zweite Runde. Die BILD am Sonntag und ihre Stimmen haben es möglich gemacht. Das sind die größten Hits der 80er auf fünf CDs. Diese 100 Hits gibt es nur hier und nicht im Handel. Jetzt brandneu sichern Sie sich Ihre Hitbox für nur 49,99 plus Versand. 080 3 mal die 5 0 3 Sie haben entschieden und das sind die besten deutschen 80er-Hits auf fünf CDs. Jetzt zugreifen und anrufen 080 3 mal die 5 0 3